Ich denke, als Schweißer arbeiten. Drei Monate Ausbildung, dann lässt die Gewerkschaft dich rein. Hast du das Sammy und Alice erzählt? Noch nicht. Ich wollte ein paar Tage warten und sie nicht damit überfallen, wo ich gerade erst wieder hier bin. Sie werden das nicht gern hören, aber sie kommen damit klar. Du musst tun, was für dich das Beste ist. Jetzt bedien mal die Leute. Ich bin gleich wieder da. Okay, alles klar, mache ich. Danke, Padre. Ja. Wo will er denn hin? Es wird dir gut tun, dich der Gemeinde wieder anzuschließen. Die Leute haben dich vermisst. Was haben wir denn da? Ah, Delray Hollow. In Delray Hollow. Album, also Musik gefunden. Okay. Ja, schade, ich würde so gerne reinhören, aber da kann ich es leider nicht machen. Weil sonst hat die Gamer. Ich habe es natürlich in Musik auch ausgestellt. Aber es ist automatisch Musik in dem Spiel, die trotzdem weiterläuft. Deswegen sorry dafür. Und ja, dann tun wir die jetzt noch erst mal füttern. Ich drücke die Maus, aber macht nicht. Ich drücke die E. Okay, ich muss E drücken, alles klar. Danke. Wie war dein Tag? Was du hier tust, ist ein wahrer Segen für uns, Lincoln. Vielen Dank. Nicht der Rede wert, man. Erst zwei Tage hier und die schicken dich schon arbeiten? Ah, ich mach das gern. Bedeutet uns allen echt viel. Werd besser nicht alt, Junge. Das ist eine verdammte Quälerei. Ich guck mal, was ich machen kann. So, sind jetzt alle bedient. Hi, Lincoln. Wie geht's, Regine? Mir geht's gut. Schön, dich mal wieder im Hollow zu sehen. Schön, diese großen brauen Augen wieder zu sehen. Nun, die sind meist drüben bei meiner Tante zusammen mit dem Rest von mir. Du solltest mal vorbeikommen. Vielleicht mal. Lincoln, es gibt einen. Renn weg, Regine. Lincoln, wenn wir mit dir fertig sind, ist Sammy dran. Überdeckung springen. W plus Leertaste. Okay. Hauen wir den Essen. Ah. Hab ihn im Visier. Bitte, ich will einfach nur heim nehmen. Bring mir raus. Ähm. Heute ist dein erster Todestag. Ach, warte, man. Du hast eine schwere Verletzung davon getragen. Ja, 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 ja. Hab ihn verwundet. Ach, Mann. Ich will doch da gar nicht. Oh, Mann. Der hat so eine scheiß Mumme. Ey, diese... Was? Marzianer? Na, Marzianer? Ach, nee. Was? Ich hab doch verwechselt. Äh. Es sind ja ganz fiese Burschels. Ei, 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 ei. Irgendwas geht hier vorsichtig. Oh, Mann, jetzt komm ich ab. Was ist das denn hier? Heute ist dein erster Todestag. Oh, Mann. 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 François Papadoc du Vallier wurde 1957 zum Präsidenten Haitis gewählt. Bis 1959 schuf er eine Geheimpolizei mit Namen Tonton Makut und wer konnte, der floh. Die meisten Flüchtlinge siedelten sich im Süden der Vereinigten Staaten an, darunter auch eine Anzahl Schwerkrimineller. Und die bildeten den Kern der späteren Haitianer-Gänge. Lincoln erfuhr, dass sie aus den Sümpfen operierten. Ihr Boss war ein Mann namens Parker. Ah, schon fertig bei Pater James? Gab Stress mit den Haitianern. Sag jetzt, was los ist. Was geht hier wirklich ab? Tja, ist wohl besser so. Vor sechs oder sieben Monaten fing's an. Die Leute im Hollow wurden ausgeraubt. Geld, Wertsachen. Dies und das eben. Schon bald hatten wir raus, wer's war. Die Haitianer. Dann waren die Batards sans valeur scharf auf die Lotterie. Um wie viel geht's dabei? Wie viel? Genug für den Riesen-Schuldenberg bei Sal Macano. Wir können ihn seit drei Monaten nicht bezahlen. Ach du Scheiße. Wenn ich sie mir vornehme, verschafft uns das Luft bei Macano, richtig? Überlass mir mal, Sal. Wir kennen uns schon ewig. Aber die Sache mit den Haitianern, das muss endlich aufhören. Du und Alice. Ihr müsst das regeln. Wo finden wir sie? In den Zwanzigern haben die Leute in Bayou Salz gewonnen. Sogar eine kleine Siedlung gab's da unten. Als die Depression kam, verließen sie sie. Das Ganze kann nur von da aus gehen. Wir werden Waffen und Munition brauchen. Ruf die Nummer an. Aber tu's bitte nicht von hier. Sollte möglichst unauffällig sein. Oder? Wir durchkämmen das Hollow, schnappen jeden von diesen Schwanzlutschern und legen sie um. Thema beendet. Das Letzte, was wir hier im Viertel noch brauchen können, sind Schwarze, die sich gegenseitig killen. Wir machen das leise. Weit weg von hier. Wenn wir die eliminieren, die ganz oben stehen, erledigt sich der Rest von ganz alleine. Glaub mir. Okay, alter Kämpfer. Ganz wie du meinst. Seid vorsichtig, ja? Die Haitianer sind heftig drauf. Die solltet ihr nie unterschätzen. Willst du das wirklich so machen? Das Letzte, was sie erwarten, ist ein Angriff vom Wasser aus. Fahr rüber zur Straße und bleib im Auto. Ich treff dich da, wenn alles vorbei ist. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Betreu mir, Alice. Bald haben wir das alles hinter uns. Nach vorne ist ein Krokodil, ne? Und wir sollen ins Wasser schwimmen? Äh, okay. Ja. Und damit fängt der ganze Spaß an mit den Haitianern an, oder wie die sich die schimpfen? Ei, ei, ei. Na dann. Mach schon, war deine Idee. Jetzt wird's lustig. Jetzt gibt's Action in das Spiel. Okay, lehrt das zu drücken. Viele Männer schicken wir los. Zwei Teams. Eins greift die Bahre an, das andere verlassen. Schleiche dich an deine Gegner und verbirgt dich vor ihnen. Die gegnerische Aufmerksamkeit wird von der weißen Markierung in den Bildschirm mitte angezeigt. Das ist oben der weiße Kreis, äh, also der Halbkreis, denn ihr seht, wo das zwischen E und N so. So, ja, ja. Alle, der was meint, wenn wir das alte Olau abwackeln müssen, um damit zu kriegen, werden wir es tun. Aber lecker. Öp. 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 Damos. Öp. Öp. Aber sex Schuss. Oder war noch was? Nee, ich nehme meine Knappe. Öp. Bleib unten. Muss warten, müssen wir wieder zurückläuft. dann ist das einfacher denn Ratsatz so, jetzt haben wir den Schrottwintel Ratsatz BQ erledigt hier die Bengels ok, wir haben jetzt 14,20, das ist gut jetzt sonst nichts mehr also gut, ich weiß es ja am Anfang habe ich versucht von hier die zwei abzusneakten da hinten aber ich gehe jetzt mal rein ach, alt rennt doch nicht gleich so, zur Zeit, ich würde es dann immer, wo wir draußen sind, dann gesagt, dass wir mit, wenn wir auf Taste D drücken, Lockrufe machen können ich war halt soweit, das ist jetzt gerade mal nicht schlecht, wenn wir das machen, weil dann locken wir die jetzt hier rüber scheint weg zu sein ich würde sagen, der Sieg ist unser so, dass wir können die trennen oder aufsplitten wie ihr das wollt, dass sich der eine von dem anderen löst, wenn wir pfeifen wenn wir, ja und das habe ich jetzt einfach mal gemacht die ist ja, da kommt doch schon einer ah wo ich denn hier was haben wir erwartet er scheint weg zu sein ich würde sagen, der Sieg ist unser der kommt aber auch genau hier hin, ey warte mal warte mal wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder das klingt typisch französisch einmal pfeife ich jetzt noch, wenn der keine kommt, dann gehen wir weiter wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder okay bruder pfeifen siehst du da kommt es halt mit t wir geben nicht auf bevor wir ihn haben bruder ich pfeife mir ein ach mensch das ist so Bevor wir ihn haben, Bruder! Formiert euch hinter mir! Du musst nachlassen, auch Entdeckung! Da ist was! Vorsicht! Oh, das war knapp! Oh, scheiße! Ich hab nur noch zwei Schuss! Heute wirst du sterben! Mh, nein! Oh, dann mal wieder... Rot-Film-Munition! Oh, scheiße! Wo kommt die denn weg? Ja, ja! Ich auch! Ah, geh doch runter! Junge, das war knapp! Ah! Erledige ihn von der Seite! Ah! Die Rate muss... Er war hier! Ist aber nicht mehr! Das wird verflucht nochmal lächerlich! Hier liegt noch einer! Ah! 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 Guck mal, was für uns hier... Nehmen wir doch mal eine Schrotflinte! Ja, dann nehmen wir das... Vielleicht dann ich den erst mal die... Ich weiß ja, dass die hier unten liegt... Oh, scheiße! Ich hab mir alles ab, ey! Ja, wenn du mit dem hier... Der muss bisher umbauen! Ah! Ah! Guck mal, ich bin mir von der улиs! Vorsicht! Die Gehörer liegt zu dir. O, Rasmutter! Vorsicht! Ich stehe in Deckung. Ich scheine weg zu sein. Was haben wir erwartet? Lass mich nicht so verreckern. Lebt hier alles auseinander. Der lebt doch. Ich halte nicht mehr lange durch. Putsch mich mehr raus. Denk nichts drüber nach. Erschieß ihn. Damit hast du nicht gerechnet. Heute wirst du sterben. Hier, erwisst er mich nicht. Ach, er da unten. So. Wollte den engelassen. Muss nachladen. Scheint weg zu sein. Der Motherfucker machte Sprengen. Alter, was für Sprüche. Ihr gehört nicht zu dir. Keine Ausrede. Nehmt ihr alles auseinander. So, jetzt hab ich ihn aber. Dieser. Ach du Scheiße. Dieser. Boah. Da hinten. Ja, ich hab nicht davon gelaufen sehen. Äh, ist er jetzt in die Bude reingelaufen? Wahrscheinlich. Hier liegt noch einer. Guck mal, ob wir hinterher können. Oh, tatsächlich. Nein. Freigrutschen. Guck nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Wo ist der Penner hin? Wir suchen weiter, bis wir ihn finden. Hä? Guck gerade wegen MediPack. Können wir auch einsammeln, aber das ist dann, äh, in der Buchbude da vorne. Friede deiner Asche. Das wird verflucht nochmal lächerlich. Wo ist der? Ich hör von links ein, aber... Geil. Das mit dem Gewitter haben sie gut gemacht, ey. Wir geben nicht auf, bevor wir ihn haben, Bruder. Wir müssen diesen Affen... So, den hab ich jetzt auch. Ah, da hinten. Ich hab ihn gesehen. Keine Ausrede. Nehmt ihr alles auseinander. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Komm schon. Vielen Dank.